Gut, dann sind wir jetzt wieder Süd? Oder was? West? West. Und jetzt müssen wir uns rechts halten. Ne? Ja. Ich glaub... Alter, sieh dich nicht mehr. Wenn ein Schaf wärst, könntest du das Gras nebenbei essen und aus so wieder herstellen. Leider bin ich kein Schaf. Leider nicht. Achtung. Aber ein Schaf, gell? Ey, es ist so lächerlich, der kommt jetzt nicht hin. Ne, kommt er nicht. Bringt mir Zeit, um auf die Karte zu gucken. Ja, wir wissen genau richtig. Alles gut. Was mich stört, wir haben... Bei einem Gegner mit mehreren Schüssen ging es ja. Wir haben für unsere Betreuungsbestimmung kein Aufsatz mehr. Kein Schalldämpfer. Ah, ich bin nicht richtig drin. Ja. Weil mit dem Schalldämpfer könnten wir die eine Wache ja... Ja, das Aufsatz ist richtig. Na gut, ist jetzt vorbei. Also Katz-Wenn, glaub ich. Wir sind zwei. Oder? Da. Hier. Da. Steht noch einer. Durch die Bäume guckst. Hinter dem Baum. Und hier. Nein. Genau. Nein, ich meinte immer, dass da noch einer steht. Nicht bei dir, sondern... Mhm. Süd. Da kamen wir aber nicht her. Das ist ein neues Gebiet. Heißt ja Sokro-Wennung. Keine Ahnung. Oh, cool. Ach, das wird jetzt wahrscheinlich so das erste Gebiet sein, wo der Typ ist, aber keine anderen Gegner. Hallo? 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 Boah! Aber anscheinend kann er sich so sagen. Wie wir, aber richtig gut eigentlich. Ich bitte Sie, ich bitte die Kraft, um diese letzte Beobachtung zu nehmen. Ich bitte. Ich bitte in diesem Welt, nur ein bisschen länger. Ich habe bereits genug für eine eineinhalb Jahre lang. genug für eine Eternative. You have my thanks. I have to thank you for waking me. If you hadn't shown up, my sleep would have been eternal. Do you hear me, Snake? I am the end. I am here to send you to your ultimate fate. You'll make a fine quarry for my final hunt. Have you seen, there was such a house. Yeah, he definitely shoots the whole area here. Yes, yes. Boom! Boom, cautious! I mean... It'll be a test of endurance. Be careful, though. From what I've heard, the end has an almost supernatural knack for camouflaging himself. So, whoever moves first loses. This guy's over a hundred years old, though, so I should have the advantage in terms of stamina. I wouldn't be so sure if I were you. Why's that? I've heard that his body is photosynthetic. Like a plant. What is he? Some kind of monster? On top of that, he can speak to the forest too. So, in other words, he knows it inside out. Uh-huh. But he doesn't know you. I'm sure you can beat him. Don't worry. I intend to. So, you've got the whole time done, until you've found him. Tja. I have to search all the areas. I would say... Let's see... What we have here? That would be okay. Yeah, okay. No, I don't know. What else would you do? You can't move with me. Rucksack. Fernglas? I would also like that. Sonore? Active Sonore. Was that here? For Mim. We didn't... What's that? What's that? What's that? What's that? No. What's that? No. But... It's also like... But it's fine. I would still take it with me. If you want to look at it... Yeah, but... I can take it with me. You can take it with me. You're right. I'll take it now. I'll take it off. I'll take it off. We'll still have as much as possible as possible. Yeah, that's okay. Okay. Dann lasse ich auch nur... Ich will die Waffe. Warum das denn? Na, weil die 500 einen Schuss hat. Und die sind... Weniger. Und die... Kannst ja auch nochmal einwechseln, wenn's nötig ist. Die lasse ich, die lasse ich's. Ja, das lassen wir halt. Ähm... Naja, so. Und ein leeres Mal. Ne, 232 Schuss für was auch immer. Ah, ne, hab ich nicht. Ne, ich meine aber. Ach so. Gut. Ähm... Mit Körper wiegst du nur 17,2 Kilo. Mit Körper? Ne. Gut. Da geht noch was. Genau. Das sind eigentlich so die häufigsten, die wir verwenden. Das ist ja fast alles im Wald. Vielleicht ein Baum klettern. Und so gucken wie ich jetzt. Ach so. Kann man jetzt... Ach so. Komm jetzt. Aber ob sie entsetzen auch Tiere? Also... Die haben ja auch gesagt, es wird ein Ausdauertest. Für mich heißt das, ich brauche bestimmt viel Ausdauertiere, weil meine Ausdauerhäuser dann ein Bassenhaken verwirrt. Wow! Was ist das? Ich bin hier. Den machen wir schon. Ist der vielleicht mal in dem Gebiet, wo er auf dich schießt? Weißt du? Der war doch aber eben irgendwo oberhalb. Guck mal, hier ist das Ding. Der sitzt also... Weißt du? Wow, trocken. Du bist bereit. Na, geh rein. Okay, da hast du noch was in der Ecke. Okay, sehr gut. Ich gucke mal ganz schnell, was jetzt genau ich aufgenommen habe. Genau. Will ich jetzt mal essen? Du hast kaum raus, doch. Russische Ration. Ja, reicht erstmal. Du musst ja jetzt alles verschwenden. Gar nicht zu übeln, dann können wir das auch noch machen. Jo, das ist nicht schlimm. Oh. Du musst einen Kopfschuss bekommen. Schuss und Betäubungsnadel. Okay, gut. Oh, schau mal auf dem Kopf, ey. Wir haben eine Stahlschäde, Lolli. Okay, Schuss, Ausdauer nimmt bis... Oh, deswegen. Nadel kann mit dem Messer entfernen. Gut. Ich lasse das hier mal selber kaputt, doch, Gott. Die sich das hier fast schon besser an. Da oben. Was? Auf dem Felsen hier. Also dritt, geh ein Stück zurück. Ich glaube, ich habe da das gesehen. Noch ein Stück zurück, jetzt der Baum davor. Sitzt da nicht was? Oder täuscht mich das? Ne, das ist nicht schwierig. Ich habe gedacht, da sehe ich den Kopf und die Ende noch. Gut, ne, ich sehe es jetzt noch. Ist okay, also. Ist auch was anderes. Warte mal. Ich nehme mal. Nichts. So, guck, wenn du bist. Das kann ja wenigstens darstellen. Fluss, Plateau oder sowas. Damit du das auseinanderhalten kannst. Also du darfst nicht stehen bleiben, um dich mit dem Dever umzugucken. Oh, das ist definitiv der Fluss. Wirklich? Ja. Ja. Oh, das ist echt, echt süß. Ja. Ja, das stürme ich zu. Da, da, da. Hast du es gesehen? Ja. Ja, genau da sitzt du auch. Da oben. Das ist ja auch. Ich glaube nicht so, oder? Ja. Vorwänden und... Ja, das schießt immer. Also du musst... Kein... Siehst du? Hat es sich bewegt? Ja, nach links. Ja, jetzt ist sogar, dass du jetzt schon das Gebiet verlassen hast. Ich denke mal, du hast den wirklich mit Schauschützen wieder angesehen. Weißt du? Ja, der ist so weit weg. Und der hat es für dich verlassen. Weißt du, weil es gibt es ja noch, wenn du den über drei Gebiete bekämpfen musst. Ja. Dieses Suchspiel. Das ist doch... Und das klingt ja hier auch nicht, wenn der irgendwo oben sitzt. Aber beschweren wir uns nicht. Ich beschwer mich gar nicht. Es ist ja kreativ. Ich sage ja nur, es ist ja zeitaufreibend. Auf jeden Fall. Aber es ist Schauschütz. Wir hast den müssen. Hast du es? Hast du es gesehen? Nee. Der könnte ja auch irgendwo hier sitzen. Ich glaube, der sitzt hier oben. Immer nur oben oben. Nein, ich meine, der könnte ja auch in der Richtung irgendwo sitzen. Ich hoffe, ich weiß es. Ja, wenn er mich getroffen hat, weiß ich es immer noch nicht, woher sie ist. Ich weiß nicht, ob er nach Ruhe kommt. Der Seemotiv? Nein. Der nach vorn rumfällt es, von hinten. Ach, hier ist das Lichtstraße. Da. Ich dachte auch. Ja. Auch nur der Baum. Ah, da sitzt er. Warte. 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 Hihi. Alles gut. Ähm. Du hast das Schauschütz und die wir dabei. Hier. Der sitzt vor mir. Echt. Echt. Da, hinter dem Baum. Aber echt. Ich ziehe jetzt auch die Schmachtel. Ich wusste ja nicht mehr. Das ist nicht so. Für 100 Jahre ist das nicht.